. Komm, lass mal einen nochmal in der Rocke, ja? Ja, der hier, vier, vier. A one, a two, a leaven, elf. Legendär. Unerreicht. Ich liebe Hans Süper. Und das Corona-Duet. Die Jahrhundertgrößten im Karneval. La, 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 la. He, he. Hallo. Da ist sie wieder. Wart. Da sagt's. Wir haben ja wirklich die Seele zum Ausrasten gebracht. Wir zwei wollten essen. Zwei wollte ham ham. Und da kamen Pfleisch. Und summte uns immer. 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 Jesus. Es ist Poesie, was die gemacht haben. Es ist die Philosophie des Absurden in Dialoge gebracht. Was ist das damit? Schnell. Was ist das? Das ist eben Holz. Was ist das für Holz? Eben Holz. Was ist das für Holz? Weil das eben Holz ist. Zimmerman. Du Ei. Das ist eben irgendwann mal so rausgerutscht. Später war es das Erkennungszeichen. Die Visitenkarte vom Kolonia-Duet. Das Ei. So, hör uns und das Ei, das verbete nicht mehr jetzt. Für dich bin ich jetzt der Herr Zimmermann und geh Ei mich. Ist das jetzt klar? Nimm ich Ei? Ne. Zimmermann. Ja. Geh Ei mich. Zimmerman. Ich geh trau in der Futze. Zimmerman. Zimmermann. Für das Ei. Simpel und einfach, aber unglaublich zündend. Und das hat sich nachher wie ein roter Faden durchgezogen. Über einige Jahre ihrer Bühnenauftritte war der Zimmermann immer wieder das Ei. Zimmerman. Ja Ei darf ich schon nicht mehr sagen. Zimmerman das frühere. Wenn der richtig gut drauf war, hat er noch einen drauf gesetzt und noch einen, noch einen. Ich habe einen Hexenschuss. Einen Hexenschuss? Ja. Ich habe einen Hexenschuss. Wo ist denn der Hexenschuss her? Der habe ich mir doch bei mir im Jade geholt. Im Jade? Ja, im Jade. Im Jade? Ja, ich habe doch mit der Jade in die Grafen. In die Grafen? In die Grafen. In die Jade? Ja. Und haben wir da vor so ein Heck gepflanzt. Ein Heck? Am Weg, ja. Ein Heck? Ja. Im Jade? Ja. Und da mod ich mich hier Böcke für den Ömzigrafen. Böcke? Ja, im Jade doch. Im Jade? Welcher der Heck? Welcher der Heck, ja. Ja und jetzt? Einen Hexenschuss. Im Jade? Von Böcke? Ja. Ja, das muss der Jade nicht mehr zu Höhe legen. Ein Gefühl für Pointen, für mich im absoluten Olymp des Göltschenfass. Der Don, der schaukelt den dicken Tag. Ja, der ist genau wie du im Lack. Ja, der Don, der schaukelt den dicken Tag. Ja, der ist wie du im Lack. Ja, der ist wie du im Lack.